Stehen mir die 7,5% Zuschlag ab 1.7.2024 auch dann zu, wenn ich zwei Monate später eine Altersrente erhalte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage auf Rentenbescheid24.de bekommen. Da geht es sinngemäß um folgendes Problem. Ich beziehe aktuell eine Rente wegen Erwerbsminderung und kann zum 1.9.2024 eine Regelaltersrente erhalten. Also praktisch die Regelaltersrente, die man nahtlos nach dem Auslaufen der EM-Rente bekommt. Ich habe ja gehört, dass ich zum 1.7.2024 7,5% mehr Zuschlag bekomme. Würde ich die 7,5% mehr Zuschlag auch dann noch erhalten, wenn ich zwei Monate später meine Regelaltersrente erhalte? Also werden die dann weitergezahlt? Ja, na klar. Also im Gesetz, in diesem entsprechenden Gesetz, was ja durch die Ampelkoalition umgesetzt worden ist, gibt es gar keinen Ausschluss dafür, dass wenn Sie zum 1.7.2024 die Zuschlagsregelung erhalten sollen, bis 7,5% mehr Zuschlag auf Ihre Rente pauschal, dann heißt es nicht, dass Ihnen der Zuschlag dann weggenommen wird, wenn Sie zum 1.9.2024 Ihre Regelaltersrente bekommen. Also dieser Zuschlag, diese 7,5% werden Ihnen auch in der Regelaltersrente weitergezahlt, und zwar bis zu Ihrem Tod, also bis zu Ihrem Ableben oder bis die Rente einfach endet. Also so ist die Rechtslage. Etwas anderes kenne ich gar nicht. Und deshalb müssen Sie sich aus meiner Sicht auch hier keine Sorgen machen. Also das heißt, der Zuschlag wird Ihnen nicht deshalb weggenommen, weil Sie nach der EM-Rente dann die Altersrente bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und das heißt, ich wünsche Ihnen eine gute Frage.